Wer ist denn nun eigentlich der Gründungsrektor? Ist das Paul? Nein, der Gründungsrektor gibt es bei der Abteilung für Kunsterzieher. Münster ist ja gegründet worden als Abteilung der Akademie Düsseldorf von Grieke und von Frau Sonderburg, vom Ministerium, für Kunsterzieher. Grieke wollte die Kunsterzieher auslagern. Er hat gesagt, die verpesten, verstopft für meine Akademie. Dann sind die ein halbes Jahr lang rumgefahren in Westfalen, vor allem, es sollte Westfalen sein, die die Akademie kriegen, und haben dann erst mal eine alte Tankstelle in Münster ausfindig gemacht. Dann kam die Scheibenstraße, das war jetzt alles nur Behelfströme, es war eine Steigerung, zwar geübt eine Tankstelle, aber Scheibenstraße, klar, war nicht auch eine Notlösung. Und dann hat man, inzwischen war die Akademie Akademie geworden, Anfang Scheibenstraße, wissen Sie ja noch. Und dann kam ich und dann hat Paul Isenrad und Ulrich Erden, haben dauernd eigentlich schon gemeckert und sagten, wir brauchen eine neue Akademie. Hat mir sehr eingeleuchtet natürlich. Und dann hat Ulrich Erden einen Sammler, Lohmann, Heizem Lohmann, in dieser Randfolge, den Bauern. Und der wollte die Akademie nicht sponsern, sondern der wollte sie auf eigene Kosten bauen und dann zum Selbstkostenpreis an den Staat vermieten. Ach, das hatte ich auch noch mitgekippt. Das war aber irgendwie gekippt, das Ganze. Das ist gekippt und dann kam es richtig. Und zwar, warum ist es jetzt gekippt? Weil er keinerlei Steuerberücksichtigung gefunden hat, weil das Finanzamt Münster hat alles zurückgewiesen. Er sagte, es sei ein Hobby von ihm oder erkennbare Gewinnerzielungsabsicht. Das war die Formulierung vom Ministerium, aber nicht vom Ministerium, von dem Finanzamt Münster. Und wenn er gesagt hat, ich muss da 10% verdienen, wäre es durchgekommen. Dann hätte er sofort, als abziehen könnte es, aber nun war es eben so. Und dann haben wir eine völlig andere Pfanne. Und dann habe ich, ich war damals gerade Rektor geworden, und dann habe ich mit dem Wirtz, das war der Regierungsvizepräsident, der hat sich dann absolut hinter die Akademie gestellt. Und der hat auch dazu geholfen, dass er sich auf einen Misthaufen gestellt hat. Ja, da man noch von der Reitschule war, im Hof, heute ist doch, glaube ich, die Umrandung sogar da, Nordbord und Bildhauerklassen, und hat sich wie so ein kleiner Cäsar gehofft, und war ein kleiner Mensch, und hat Hände ausgebreitet, so, und sagt, so, das wird die neue Akademie. Das war 1996, war diese Ausstellungsreihe. Und da haben wir dann alle Rektoren, ich war damals, 96, da war ich noch gar nicht Rektor, ich stelle gar nicht rein, das stimmt ja nicht. Moment mal, doch, Kunst des Gründens, natürlich, 96, das war, aber da war ich noch nicht Rektor. Wann? 96. Komisch. Da war Keusendruck, äh, doch, da war Keusendruck, aber 96, doch, doch, natürlich, klar, 96, war schon, 96, Weihnachten 96, also nicht, wobei der Keuskunde nicht mehr dabei erkrankt gewesen dann, und klar, ich finde, das ist schon richtig so. Und jetzt, wie sie die Postkarte geschickt hat. Die folgende dringliche Postkarte, auf keinen Fall irgendetwas davon veröffentlicht, meine Stellung auf zwei Sätze reduziert, Doppelpunkt, Leute an die Akademie holen, die bereits Herausforderung für uns empfinden. Zweitens, Leute entfernen, für welche die Akademie durch Lebensinhalt geworden ist. Ich habe dann, also ich habe das etwas kommentiert, dann, das heißt, es war die ganze Philosophie der Akademie, die von Isenrad, der einerseits Institutionen leitete, aber nie ein Büro betreten wollte, und der der perfekte Anti-Institutialist war, aber gleichzeitig auch in Institutionen wirklich sehr mitarbeitet, also wie kaum ein anderer. Paul war immer sehr, nicht radikal, aber konsequent, ganz klar, ja. Und zwar immer, er hat einen Kunstbegriff natürlich, der auch, der muss auch sich behaupten, weil er oftmals gar nicht als Kunst, beziehungsweise Kunstbegriff akzeptiert worden ist. Dieser extreme Minimalismus von ihm, ja, der ist sehr unsichtbar, oftmals bis zu unsichtbar. Man kann sagen, gewaltig, wenn er seine ganze Körperkraft, die großen Hämmerungen reinlässt, sind natürlich tolle Arbeit, immer noch, muss ich sagen. Aber die minimalen, ganz kleinen Fußspuren von irgendeinem Täubchen auf Blessing oder auf Messing oder so, das ist, er ist aber doch genau der gleiche. Der Paul, der hat eine Konsequenz an Rigorismus, der einfach sagt, doch, der macht, was er will, und frägt dann aber gar nicht mehr danach. Der stellt, seit er sein, was er gemacht hat, nicht mehr in Frage, er hat Zweifel. Ohne dass er seine Zweifel jemals ein Ende hat, natürlich. Das ist ganz klar. Aber er glaubt nicht, dass er die beantworten kann, dass er es rationalisieren kann. Und der Witz ist auch, man erwartet, dass Antworten immer rational abkontrollierbar sind. Und das ist garantiert nicht der Fall. Ich war ja immer einig gegen dieses Abfrageprüfungssystem. Wir haben ja seit der Zeit die Bewertung so abgeschickt, also gab es ja nur Bestanden und Nichtbestanden, ich hoffe, das ist heute noch so. Also, dass man nicht nur bei der einen quatscht, endlos und ist eloquent und kann sich da äußern und kann sich immer auf allem retten, in irgendwelche Ausreden und so. Und der andere ist ehrlich, denkt da viel besser drüber nach und stellt fest, ich habe keine Antwort darauf. Und dann hat er die Klappe. Und dann fällt er zur Not sogar durch. Das habe ich immer gehasst. Das war das Zweite, was ich als ich an der Rechte war, das war diese Prüfungen mit Benotung, mit höchstem Lob, Lob und so weiter, dass man das ablässt, diese Schulbenotung. Das gibt es entweder, man hat, entweder es gibt Schauspieler, da weiß man genau, die bringen sich nicht, weil sie blöd sind, nicht, weil sie schlecht aussehen, nicht, weil sie nicht mal sprechen, sondern einfach nicht genügend Schaupräsenz aufbringen. Und das ist eine Eigenschaft, es gibt etwas Ähnliches, es gibt es auch bei einem Künstler, der muss irgendwo, müssen seine Arbeiten mal Präsenz haben. Und wenn die immer nur hilflos umkackern, dann weiß man gleich, kommt es nicht. Das ist eine Substanz, die muss da sein und die muss man nicht sorgfältig ausfüllen. Das ist ja immer leicht gesagt, ist alles klar. Aber trotzdem, ich habe versucht zu sagen, wir müssen doch auch was sonst machen können. Und wir reichen, wir müssen doch gleich aufnehmen. Das hat Beuys, daran ist Beuys gescheitert natürlich. Das habe ich schon damals gewusst, das ist mir schwierig zu sagen. Beuys hat nämlich gesagt, er am Anfang, er sagt, wir müssen die Prüfung nicht am Anfang machen. Dass sie reinkommen, sondern müssen sie machen, zwei Semester, drei Semester, vier Semester hat er aufgenommen. Und dann kann ich es beurteilen, wie gut ist es. Dann hat er mit dem Ergebnis, dass er 400 Studenten, Beuys Schüler, in seiner Klasse sitzen, hat er am Anfang. Und alle von den vier Semester aufgenommen waren. Und natürlich ist da unendlich viel missproduziert worden, weil Beuys war immer schon sehr charismatisch. Vieles sind reingerannt, alle wollten Beuys Schüler sein. Und heute kann man unter der Rubrik Beuys Schüler die dümmsten, schlechtesten, albernsten Künstler selber, möchte gern Künstler und ganz wenige Gute. Aber er hat einfach gesagt, ich muss die Leute doch erstmal kennenlernen. Ich kann natürlich aufgrund einer Mapp, wo ich nicht mehr weiß, was wir selber gemacht haben. Und da hat er im Prinzip vollkommen recht gehabt. Er sagte, ich brauche mindestens zwei bis vier Semester, also vier gemacht am Anfang. Und dadurch ist er geflogen, weil da hat er die 400 Leute in der Klasse gesagt, das ist ja keine Arbeit mehr. Der hat dann durchgezogen. Ja, nein, nein, nein. Er hat gesagt, deshalb hat er krachgelegt mit Grieke. Dann hat man Grieke zum Rektor gemacht. Und Grieke war immer mit Grieke, war gut befreundet, aber war jetzt ein Todfall. Er hat gesagt, er macht die Akademie kaputt. Dann kam Herr Rau, der war damals Wissenschaftsminister. Und er hat es auch gesehen, also eine Klasse mit 400, 450 Studenten studieren, die können nicht mehr betreut werden. Und dann hätten er mindestens 20 Leute von Orientierungsbereich eingestellt, wenn er die aufteilt, kleinere Klassen. Das heißt, dann wäre es eine andere Akademie gewesen, die werden nur noch aus Orientierungsbereich bestanden und ein paar Spitznachrichten. Das war richtig. Und Beuys bestand darauf, dass er sagt, er ist nicht bereit, die Leute jetzt schon rauszuschmeißen, bevor er es ja genau kennt. Das war im Prinzip pädagogisch richtig, aber es war institutionell gesehen, ging es eben nicht. Also diese Position von Beuys und Grieke, auf irgendeiner Art und Weise, scheinen die eigentlich über den Kunstakademischen so ein bisschen drüber zu hängen, dass auf der einen Seite diese Aussage, Kunst ist nicht lehrbar von Grieke. Nein, das war nicht ganz so schlecht. Das ist auch so eine typische Frage. Natürlich ist Kunst nicht lehrbar. Aber Sie haben da von ihm, oder? Nein, das habe ich nie von Grieke gehört. Das hat er sicher mal gesagt, das kann man sich gut vorstellen. Aber nicht so gemeint. Aber nee, aber er hat ja schon sehr herzlich, dann hätte er sich selber jeden Tag widerlegt. Er hatte immer eine große Klasse gehabt in Düsseldorf. Und dann hätte er sich ja immer, das ist ja wie die Akademie, nimmt solche Sprüche, wie Kunst ist nicht lehrbar. Doch jeden Tag stellt sie den Probetreibenden auf das Exempel. Zehnmal, zwanzigmal. Bei 16 Akademien in Deutschland wahrscheinlich mindestens 10.000 Mal. Also jeden Tag. Und deshalb ist das alles richtig, aber auf einer Ebene richtig, die mit der Praxis nichts zu tun hat. Lebt mich nicht letztendlich die Kunst von dieser Paradoxie? Teilweise ja. Teilweise ja. Teilweise ja. Das würde ich auch sagen. Nicht immer. Die Kunst ist ja sowieso sinnlich, es lebt sie nicht nur von Ausschlüssen und Paradoxien. Aber es gibt selbstverständlich, zum Beispiel Tim Ulrichs basiert auf, die Tautologien von Tim Ulrichs basieren absolut auf dieser Logik. Logik, das ist richtig, die sophistische Logik. Das ist klar, aber trotzdem, Tim Ulrichs hat uns wunderschöne Sachen gemacht, muss ich sagen, auf die Weise, weil kann man Kunst machen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Künstler so intuitiv einen so grundlegenden, kategorisieren oder unterschiedlichen. Ja, aber nicht alle. Aber es gibt Künstler, die machen das auch selbstverständlich. Aber nicht, es gibt zwei Typen. Es gibt Künstler, die denken nach über Möglichkeiten und die anderen sind so vital, die machen einfach völlig mit Kassel, weil jemand hat lieber Möglichkeiten nachgedacht oder Rubens nicht oder so. Es gibt auch ganz vitale Künstler, die einfach, das Erschöpfungsmögliche, das kreative Prozess, der läuft nicht über Kopf, sondern über Äußerung. Das ist dann ein bisschen so, dass man gefangen hat in der eigenen Vorstellung ist. Ja, das ist man so, wie man nimmst, in der Vorstellbarkeit von Raum und Zeit, des eigenen Vorstellungsvermögens, das ist was anderes. Nein, die Vorstellung spielt sich nur ab innerhalb des eigenen Vorstellungsvermögens. Und das eigene Vorstellungsvermögen bedient sich, der Kategorien Raum und Zeit, findet nur in diesen Kategorien statt und das sind komplementäre Elemente. Und mir ist es alles völlig egal, was es ist. Auf jeden Fall, ich weiß genau, dass in meinem Bewusstsein dem Determinismus überlegen ist irgendwo. Weil ich kann ja auch den Nicht-Determinismus denken. Wenn ich das Gegenteil denken kann, von der Logik, das haben die alten Inder doch, die Brahman, die haben das perfekt philosophisch umgesetzt, dass alles, was man denken kann, ist kein Widerspruch zum Nicht-Denken. Hebt aber das Nicht-Denkbare auf. Die Inder, die waren 2500 Jahre früher schon, die waren viel abstrakter. Die haben sich wirklich mit der Möglichkeit von Sein und Nicht-Sein, nicht von was ist, was ist der Urstoff oder so, als wo aus der Welt zurückzuführen, sondern gibt es Urstoff oder nicht. Was für Denkvoraussetzungen müssen gedacht werden, wie man sagt, wie man das herausfinden will, als Möglichkeit. Das war reine Konzeptphilosophie, würde ich sagen. 100% Konzeptphilosophie. Aber da gibt es diese Fragen, die sind schon noch vor dem Upanishaden, also vor dem 10. Jahrhundert vor Christus, sind die alle schon ziemlich gründlich von indischen Brahmanen durchdacht worden. Sehr, sehr gründlich sogar. Ja, das ist interessant jetzt ja, dass so die Antikvon-Theorie eigentlich viele Auswahl bestützt, die eigentlich auch zu verhalten, die Philosophie schon vor 5000 Jahren noch gemacht wurden. Nein, noch vor 5, aber im 6. Jahrhundert, aber bei Epikur. Und bei 5000 sicher nicht, das ist zu weit. Da wissen wir gar nicht, was da ist. Ja, die haben ja noch wesentlich ältere, also durchsprünglich diese alte indische Bücher, die haben ja auch mögliche Überlieferungen, die ist ja noch wesentlich älter, als wir das heute wissen. Aber so genau wissen wir es nicht, denn wir wissen jetzt nicht. Also festgehalten ist es ab dem 10. Jahrhundert. Und da ist auch ausgeführt, das sind ja auch Dinge, die funktionieren ja dadurch, das sind ja nicht nur vage, mythische Überlieferungen, sondern es sind ja Dinge, die sind dadurch, dass sie bis zum Ende durchdacht werden, exekutiert werden, bis mit dem Kopf im Denken. Und dass es Denkvorgänge sind, von der Möglichkeit, die möglichen Dinge werden von der eigenen Unmöglichkeit kontrolliert. Das heißt, die werden überprüft und am Aspekt der Unmöglichkeit, was möglich ist, und umgekehrt. Und das ist alles sehr präzise, mir ist das alles viel zu logisch abstrakt. Aber trotzdem, als ich das mal so gelesen habe, da hat mir das alles imponiert, weil ich dachte einfach, Gottes Willen, was haben die Leute damals für Scheißdreck schon ausgekocht im Hirn. Womit haben die Leute sich beschäftigt? Die Antwort liegt nachher eher bei den Post-Sokratikern, bei den Zynikern, also bei Archimedes, also bei der Schicht mit der Schildkröte, die man überholen kann, die das Absurde logisch nachweist. Und dazu kennen Sie die Geschichte mit der Schildkröte. Wenn die einbindenweise nennt man selber auch schon etwas weiter, die Schildkröte, und man kann die Schildkröte auch als Schnellläufer nicht überholen. Das ist das Paradox in die Weltgeschichte gebracht und die Absurdität als Logik. Und irgendwo hält diese Logik in der Realität nicht stand. Das heißt, es gibt zwar verschiedene Weltebenen, sein mag die Logik sein, die das Absurde beweisen will oder beweisen kann, und es ist alles die Realität, die Praxis, wo man einfach vorbeiläuft. Und das finde ich so einen merkwürdigen Antagonismus. Ja, so ja, aber es sind solche Projektsionen, die sich so interessant anhören und gut im Raum stehen, aber eigentlich mit der Praxis nichts zu tun haben. Genauso diese Aussage jeder Mensch hat Künstler, das ist ja auch so eine... Das ist genau das Gegenteil. Und das ist genau das gleiche dumme Gegenteil. Das alles bringt gar nichts, weil es ist eine Realität. Das muss ja alles gemessen werden an der Realität und der Realisierbarkeit. Realisierbarkeit. Und weder Kunst kann man nicht lehren. Damit ist die Akademie erledigt. Das sind alles... Das sind so ästhetische Diskurse, die gingen ja zurück bis ins 17. Jahrhundert Frankreich, als man Shakespeare als Naturgenie betrachtet hat und alles, was Natur war, weil ich von Shakespeare ableitete und seinen Dramen, die natürlich nicht akademische, sterile Dramen waren, die es in Frankreich Cornet und Racine gemacht haben, sondern die wirklich wild waren und die das ganze Szene neu durcheinander machen. Es war irgendwie Naturtalent, ein Naturdichter. Das ist richtig. Aber gleichzeitig hat die Akademie Franzese natürlich dem heftigsten widersprochen, hat deshalb den pursten Akademismus, jetzt im Theater, das war der Ausgangspunkt, und im Umgang mit Wörtern, mit Begriffen, mit Texten, bis hin zur strengsten Kontrolle über das Alphabet sogar gebracht, ja, und über Stilfragen auch. Und das war ja alles in Frankreich, bis heute ist es so reguliert, dass auch das darüber entscheidet in der Akademie Franzese, was Gutes Französisch ist, was Mögliches Französisch ist, und was Schlechtes Französisch ist, und Unmögliches Französisch, ja. Und das, da gab es auch, diese Diskussion, ja, ist über den Begriff des Naturschennies, der hat sich jetzt Shakespeare entzündet, schon in 17. und dann ist es dann im Sturm und Drang eigentlich ins Positive absolut gewinnt worden, weil in Frankreich war es noch sehr kritisch, selbst in den Antipropetis, also sehr kritisch, als Naturgenie, aber im englischen und im deutschen Sturm und Drang war Naturgenie natürlich der Begriff. Und da gab es keinen gelehrten Poeta doctus mehr, sonst gab es nur Naturgenies oder gab es gar keine Genies. Und das ist, und das alles, das Leben besteht aus Zwischenstufen und nicht aus Extremen. Und das ganze Leben spielt sich immer in Grauzonen ab und immer in Übergängen zur nächsten Stufe. Und deshalb, deshalb ist das Leben, deshalb nicht kein Gegner von absoluten Entscheidungen oder sowas, aber es ist natürlich die Alternative dazu und die einzige Alternative, finde ich. Wie ernst kann man eigentlich diese Avantgarde-Bewegung im 20. Jahrhundert sehen auf diesem Hintergrund? Dass man sagt eigentlich, es sind zwar extreme Formulierungen, oder? Es waren doch gar keine extreme Formulierungen. Die sind alle extreme Formulierungen, die sind immer nur fünf bis zehn Jahre extreme Formulierungen. Und dann sind sie historisiert und dann werden sie allmählich akademisiert. und dann sind sie in Extremen sehr abgestiftet und dann sind sie sehr verfügbar. Also es gibt da einen sehr guten Spruch von Arno Holz, das war Dicht des Naturalismus, der sagt, der Erste, der Liebe auf Triebe reumte, war ein Genie. Und der Zwanzigste war ein Idiot. Ich war das nochmal. Der Erste, der Liebe auf Triebe reimte, das war ein Genie. Und der Zwanzigste, der Zehnte, wie auch immer das jetzt wusste, war ein Idiot. Das war verfügbar inzwischen. Das war nicht, dass er abgeguckt hat, das lag in der Luft förmlich. Und der Erste, der ein Pissoir auf den Sockel stellte, war ein Kürigengenie. Weil der die Frage nach dem Kunstbegriff nach, wie entsteht Kunst, alles in einem sichtbaren, schaubaren Objekt zusammengefasst. Und hat damit tausend Jahre Kunstgeschichte in Frage gestellt und so die richtigen Fragen gestellt. Und gleichzeitig der Zehnte, der das Dispissoir draufkommt, der wird irgendwann mehr auf den Sockel gekommen. Das ist eben so. Es gibt eine Kategorie der Kunst, die ist fast tödlich und auch in der Kunstgeschichte, nämlich die Verfügbarkeit. Du kannst nur noch virtuos, du kannst technisch besser sein, du kannst das als Kenner, als Könner machen, weil du virtuose bist und trotzdem, du kannst auch Gerhard Richter nicht nachmachen, auch wenn du sagst, die Bilder sind nicht verfügbar. Niemand schafft, das ist ein Bild von Richter auch nur zu fälschen. Das ist wirklich sehr komisch, obwohl man denken müsste, dass diese Warschau-Misch-Bilder, doch eigentlich ganz eng, aber Richter kürzlich hat er mal gesagt, dass er noch nie ist er auf den Fälschen mit sich gestoßen. Und ich glaube auch, das ist... Hat doch niemand das... Ich glaube es auch nicht, nein. Weil bei Richter, da würde das wie bei Rembrandt, da würde das Röndenbild sofort sagen, wie die Leute rumfuschen mussten. Bei Rembrandt, ich habe mal ein Gutachten gemacht, als ich noch in der Staatsgestütze habe ich gerade Rembrandt-Setzminister gekauft und das galt als Fälschung. Und dann, ich musste da praktisch einen Erwartungsbericht schreiten, als Volontär. Das liegt jetzt 50 Jahre zurück. Ja, wahrscheinlich 50 Jahre, ja. Und dann habe ich das Röndenbild gesehen und stellte fest, dass ein Wahnsinn der Pelz ein Pelzbeiner gehabt, ja. Und der war hingehaucht, es war im Grunde genommen nur ein Pinseltapser, aber es war perfekter Pelz, an dem du dich wärmen konntest, ja. Und da war kein bisschen Untermalung drin, der ist beim ersten Kontakt von Pinsel, breitem Pinsel und Leinwand da gewesen und wurde nicht mal mehr was gezogen und verstrichen. Der war gleich da. Und dann habe ich gesagt, das muss Rembrandt sein, das kann kein Schüler sein, da wären einfach Pendimenti da, da wären Kauturen drin, da wären Kackler nachgemalt, ausgezogene, einzelne Haarstreifen, und so, da war nichts da. Absolut. Es war ein einziger Patzer. Aber der saß so, dass, also, das ist eigentlich, mehr Pelz ist, als der von Dürer, die ja nur feinpinselig, spinzpinselig ausgemalt ist, ja. Aber das war eben richtig, so wie der Brug das gemacht hat, das war Pelz. Und etwas, wie der Richter, das war bei Gerhard Richter, ist es auch ähnlich. Da würde ich sagen, da würde eine Röntgenaufnahme ausreichen, wenn man in der Zeit eben das Felsch war, denn der muss üben, der muss proben, der macht es nicht gleich beim ersten Mal so. Und deshalb, ich glaube ihm, dass das ja nie, nie Felschen konnte ich das erkennen, gelandet. Das kann ich mir vorstellen. Aber das Richter, das sind nur Richter, das ist ganz klar. Da denkt man, man kann es jetzt, aber man kann es eben nicht. Ja. Es ist viel leichter zum Beispiel, viel leichter, Pelz zu fälschen. Ja, natürlich, und der ist auch viel, aber man, und trotzdem muss ich sagen, ich habe mal, der Oberoberen Mün in Wien, der hat mit ihm zusammen 14 Tage lang Objekte gebastelt, so im Grunde, das ist auch wieder 30, 40 Jahre zurück. Und der hat dann tatsächlich einige sein Objekte als Beuys verkaufen wollen. Und hat sie angepriesen in, die aber zu der Originalzeit entstanden sind. Ja, zu der Originalzeit entstanden sind, wo Beuys dabei war. Aber er hat es eben dann gesagt, es sind alle von ihm und Beuys, die waren auch von ihm gemacht. Ja, aber er war dann, er hat die Hilfe von Beuys. Ja, klar. Beuys hat man draufgeguckt. Ja, und dann hat, und dann hat, und dann hat Harry Seemann sogar ein guter, das ist ein wunderbarer, toller Arbeiten von Beuys für eine Ausführung in Mailand. Und daraufhin haben dann einige Kritiker gesagt, das ist ohne die Spannung, das ist nur dekorativ, da war von Beuys wirklich die Fassade abgekupfert, hingekupfert. Und haben es dann heftig bestritten. Daraufhin hat sie herausgestellt, als man ihm auf die Spur ging, die sehr dubiosen Entstehungsumstände, und Beuys war damals schon tot. Das war nach dem Tod, wo er bei Teufel Beuys letztendlich nicht machen können, war es halt da, und nachher hat er alles zurückgezogen, schandbar, und dann wurde es so, als ich bin, die Akademie sogar entlassen. Ja. Beuys war ja noch so einer von denen, die so einen wirklich so großen Überbau hat, nach einer Theorie, nach einer Weltenanschauung. Ja, der war der letzte große, klassische Moderne, der eine Gesellschaftsutopie hatte. Das hat die klassische Moderne gekennzeichnet dadurch, dass sie eben, dass selbst konkrete Malerei, Plastik war eine Gesellschaftsutopie dahinter. Es war hinter dem Konstruktivismus, es war immer eine Gesellschaftsutopie. Hinter dem Expressen war ein gesellschaftlicher Lebensentwurf dahinter. Das heißt, es war immer auch etwas, was niemals nur auf der Leinwand oder in Material stattfand, sondern da war immer, es war Ideologie, kann man sagen, es war vielleicht auch Theorie, kann man auch sagen, es war nicht richtig, es war ein gesellschaftlicher Lebensentwurf, der utopisch war, so eine große Utopie. Und als das zu Ende war, das hatte die Popa zum Beispiel nicht mehr. Die hatte zwar noch ein bisschen so demokratisches Mädchengetue und so, das mit Emanzipation der Mädchen, aber es war keine wirklich gesellschaftliche, positive Utopie mehr. Und seitdem fehlt diese Utopie. Das möchte ich jetzt mal für mich wissen. Kommt denn die Kunst ohne Utopie aus? Der einzelne Kunst, da braucht eine Utopie, das ist das selber dann natürlich, aber nicht die Kunst selber braucht keine Utopie. Die Kunst selber, die Utopien sind auch nicht so, die liegen auch der Straße rum. Die passieren, wenn die Impulse hinter, wenn die gesellschaftlichen Impulse sehr stark sind, dass sie sich durchschlagen, bis auf die Kunst. und dass die Kunst auf die Gesellschaft durchschlägt. Wobei, auch das war nicht der Fall, natürlich. Aber wenn man überlegt, was in Russland passiert, das wäre eine Utopie, das war eine große gesellschaftliche Utopie, die sich aber auch ihre künstlerischen Mittel geschaffen hat. Aber das passiert nicht jeden Tag. Ja, wir haben ja heute auch so eine Kunst, die sich so in den gesellschaftlichen Kontext einführt, die sich dann ökologisch, ökonomisch engagiert, also wo sozusagen, was man vielleicht ein bisschen blablabla ein kleiner politischer Kompetenz bestätigt. Also wenn es zu sehr ideologisch fixiert ist, dann ist es meistens keine gute Kunst, muss ich sagen. Also das sei der Gegenreformatist, es gibt keine ideologisierte Kunst mehr, die wirklich gute Kunst ist. Rubens war vielleicht der Letzte, der ein großer Ideologe war als Maler, weil er gegenreformatorisch verseucht war. Aber es war eine große, da hat die Ideologie noch Kunst hervorbringen können. Aber ich wüsste seitdem, das ist... Also das halten Sie schon für Musik, dass die Ideologie, nicht unbedingt der Kunst im Wege stehen, sondern dass sie da Kunst hervorbringen können. Nein, weil die Kunstgeschichte zeigt das ja. Das ganze Mittelalter, die hat die Christliche, die hat die Christliche gemalt, die hat die Kirchenwände, die hat die Altäre gemalt. Jeder Alter ist natürlich religiös oder ideologisch, das ist für mich identisch. Da kann ich keinen Unterschied sehen. Und das ist... Und das gab es natürlich. Und dann bei Gegenreformation war dann... Protestantismus hat keine bedeutende Kunst produziert, weil da fehlte die Stoßkraft. Die gab es in der Gegenreformation. Die hat natürlich aus der Vergangenheit hat die nochmal sich ihre ganzen Heiligen Märtyrinnenrufe geholt und die hat es sehr wichtig und der Rubens ist ein absoluter großer Künstler. Kann man... Könnte man in dem Zusammenhang das Wort Ideologie und woanders besetzen? Man könnte, ja. Ich meine, heute wir haben heute ein Verständnis von der Erstellung von Ideologien, wie man sagt, also Ideologie und Kunst, das... Ja, warum? Ja, klar, weil wir alle Ideologien inzwischen mit Sozialismus identifizieren oder mit Religion identifizieren. Das heißt, weil wir... Das liegt an uns, weil wir die Ideologien ja nicht mehr als Wertsysteme, als wirkliche, existierende Wertsysteme akzeptieren. Und ich würde sagen, in der DDR, die Leute, die da noch einigermaßen interessante Kunst brachten, auch in Russland heute wieder, die sind eben die, die die Ideologie so gebrochen haben, Sieheisig zum Beispiel, die als eben keiner Ideologin, der ist aus der Partei ausgetreten und so, und die waren eben doch kein Ideologin, obwohl sie natürlich einen ideologisch bestimmten Staat meinten. Aber die haben sich... Das gibt es auch, dass man sich da arrangiert damit und dass man irgendeine Schleichwege findet, wie man einerseits das tut, was erwartet wird, andererseits aber auch total unterläuft. Das ist natürlich, das ist das, was Edward Bocor gesagt hat, das ist der passiert, wenn die Deku... Die hatte die Chance gehabt, dass er diese Staatsideologie restlos unterlaufen hat, ohne sie zu stürzen. Das kann man negativ finden, kann man sagen, aber was soll ich kurz... Wenn sie nicht stürzt, das bringt sie... Aber die Kunst muss nicht stürzen. Aber die Kunst muss im Zweifelsfall auch unterlaufen können, muss gegen Potenzial, die muss in der Position, die Gegenposition sichtbar machen können. Und das ging und das geht schon. Also so einfach ist es auch nicht mehr mit der Ideologie. Heute ist Ideologie politisch am Ende. Aber der Kapitalismus ist genauso eine Ideologie, natürlich. Das Kapitalismus genauso. Und die Probat war eine rein kapitalistische Kunst. Man muss auch sagen, es war Warenkunst. Auch Konsum ist eine Ideologie. Welches Bedürfnis? Also die Ideologien sind nicht immer nur hohl, sondern die sind sogar sehr, sehr substanziell. Irgendwo tauchte man mal wieder der Gedanke aus, dass eigentlich dieses Konzept, sag ich jetzt mal, der modernen oder zeitgünstischen Kunst, auch des freien Künstlers, auch ein Konzept des Kapitalismus ist. Inwieweit gehört das zusammen? Oder ist das... Das gehört sicher nicht zusammen. Sonst hätte die Kunst versagt. Wenn es das ein Konzept des Kapitalismus wäre, also ein neoliberales Konzept wäre, dann wäre es ein Konzept, dann wäre der Agon, also der Wettbewerb, in Rivalität und in Krieg aller gegen alle und Ellenbogen umgeschlagen. Und das muss die Kunst nicht. Da gibt es ein paar Arschlöcker, die putzen natürlich, die glauben daran fest, das sind dann noch in Lübertz, da gibt es allergrößte, alle anderen weg, oder so einen dummen Scheiß. Aber das glaube ich nicht. Also der Kapitalismus ist kein neutrales System. Er ist auch ein sehr gefährliches System, ganz offensichtlich, wie man ihn jetzt wieder gesehen hat. Aber Kapitalismus kann auch, siehe freie Marktwirtschaft, natürlich auch ein vollkommen gängiges und auch vertretbares System sein, wenn er funktioniert. Aber dieser Turbo-Kapitalismus, der Neoliberalismus der amerikanischer oder englischer, angelsächsischer Herkunft, der kann, aber der kann auch Chinesisch sein. Heute haben die, die Chinesen haben den Staatskapitalismus zum Beispiel. Und das ist ja auch genauso schwierig, weil der hat wieder absolutistisch, oder hat wieder totalitäre Elemente drin. Die Amerikaner haben eine totalitäre Sutzgesellschaft, das heißt, die zwar niemand wird, ist Rechtsstaat, wie viele bei uns, aber trotzdem hat dieser Rechtsstaat, ist eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft von arm zu reich, die ist so zum Kotzen, dass jeder, der mir sagt, dass in Amerika jemand, der 1000 Dollar verdient, auch frei wäre, der lebt, der redet eben dummes Zeug. Amerika macht es ganz anders. Amerika hat einen totalen Terrorismus, ob man Geld verdient oder nicht. Und Deutschland ist es inzwischen fast. Es ist noch nicht ganz geschlossene Gesellschaft in Amerika, aber es ist auf dem Weg dazu. Wie weit ist das System Kunst eigentlich ein durchlässiges System? Wie viel Selbsterneuerungskraft ist da drin und wie viel Selbsterhaltung? Ich glaube, Selbsterneuerung weiß ich gar nicht, aber es ist zweifelös ein durchlässiges System, es ist kein geschlossenes System, denn sonst wird es jeden Tag passieren, sonst könnte es nicht. erfolgreiche Künstler mehr oder weniger Erfolge, sehr erfolgreiche, weniger erfolgreiche und dazwischen jede Menge Zwischenstufen geben. Das ist, glaube ich, schon so. Und ich kenne ja doch relativ viele Erfolgreiche, auch die sind sehr unterschiedlich erfolgreich. Aber es ist nicht so, dass man da, wenn man da schlägt, wenn man anfängt, als Studenten, einen ganz normalen Weg geht, es kann Genie sein, aber man muss natürlich ein tüchtiger Handwerker und Künstler sein, dann kann man, wenn man einigermaßen noch Geschicktes in der Kommunikation mit seinen eigenen Arbeiten mit ihnen kommuniziert, dann kann man in Deutschland leben und auch überleben und nicht zu schlecht leben. Andere, außer den Künstlern, machen den Risiko, das ist aber nur uralt, dass Künstler immer ein Lebensrisiko eingehen. Das ist, das ist aber, das ist, ich weiß, wenn ich das nicht, denn niemand muss ja Künstler werden. Wenn er nicht wirklich einen dran hat und es unbedingt werden muss, dann weiß er genau, dass ein Risiko ist. Also wenn ein Künstler über Geld glaubt, dann sage ich, ja, das finde ich völlig scheiße, dass es so dreckig geht, aber irgendwann kann ich mich dann nicht zu sein, zu lange jammern, dann kann ich mir nicht helfen. Dann muss ich sagen, warum hast du das gemacht? Es ist nicht nur immer das Unverständnis der Mitmenschen, die verhindert, dass jemand Erfolg hat als Künstler. Das ist manchmal der Fall, aber selbst das Missverständnis muss man als Lebensschicksal, wenn man sagt, ich werde Künstler, akzeptieren, in Kauf nehmen, nicht akzeptieren, aber in Kauf nehmen, auf jeden Fall. Damit muss man rechnen. Ja, gut. ja, ja. Jetzt sind wir ins Quatschen gekommen, aber das ist, ja, ja, ja. Nein, mir ist es alles, ich habe damit gar nichts mehr zu tun, ich war auch nie, ich habe auch nie so in großen Bögen gedacht, ich war immer sehr pragmatisch und habe mich eigentlich, habe allerdings gewisse Begriffe nie als Begriffe akzeptiert, sondern einfach immer nur als Schlüssel zu irgendwelchen anderen Auflösungen von Begriffen und so. und dazu gehört Ideologie oder so etwas dazu, dazu gehört aber auch Kunst als Begriff, wie auch immer, das sind alles so fertige Begriffe, die tun, als ob sie eine Antwort wären und in Wirklichkeit sind es hundert Fragen und desto mehr Fragen drinstecken und davon kann man vielleicht zehn Jahre seines Lebens wirklich für sich selber, nur für sich selber einigermaßen beantworten und das bedeutet schon, dass man zur Rande kommt mit dem ganzen Krempel. Also wenn man jetzt so eine Institution, so eine Kunstakademie sieht, die ist ja auf irgendeine Art und Weise in die Rolle gedrängt, ja Antworten zu geben. Ja, das ist wirklich, ja. Ja, 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 das ist, ja, nur dass, das kann man, ob man das weiß, es ist nicht wichtig, sondern wichtig, dass man den, dass man etwas zu vergeben hat dabei und man das weiß, das halte ich sogar manchmal für schädlich, wie man das selber weiß, ja. Aber, dass man natürlich als jemand, der etwas selber macht und der die anderen beim Machen beobachtet und irgendwie stützt oder sonst etwas, das finde ich es absolut gegeben. Das heißt nicht, dass man Kunst lernen kann. Das ist eine Gruppe. Man kann, natürlich kann man Kunstwissen ein bisschen gerade beibringen und gelernt bekommen. Das ist ganz, aber das ist ein Handwerk, malen lernen kann jeder, wenn er einigermaßen zieht und ein bisschen Geschick ist in den Händen. Aber das heißt ja nicht, dass er nachher ein großer Künstler wird oder ein großer Maler wird. Das ist wahrscheinlich, bedeutende Künstler kann man nicht lernen. Aber die kann man stützen und die kann man vielleicht auch fördern, aber nicht mehr. Und die Akademie kann nie was beibringen, lernen, was nicht schon irgendwo angelegt ist, aber sie kann das fördern. Also sie kann Hebamme sein, auf jeden Fall immer. Und da kann sie große Verdienste erwerben. Wer heute in der Szene einigermaßen eine Rolle spielt, kommt von der Kunstakademie. Und das ist auch ein Beweis für mich, dass der Markt, der Markt ist ja auch ein Maßstab, ja. Und dass die Gesellschaft, wie sie akzeptiert, doch auch im Grunde genommen, nicht weil sie jetzt eingeübt ist in diesen akademischen Blick oder so etwas, sondern sehr einfach, dass die Leute, die mit dem Wissen Selbstbewusstsein, das gehört auch dazu, wie das am Anfang oder so, Kunst studieren, die sich bewerben an Akademien, dass das auch die sind, die im Bischofstanz mitbringen, sich auch durch sind. Ist das ganz unterschiedlich? Durchsetzungsfähigkeit, Obstanz ist nicht identisch, das ist auch klar. Aber trotzdem, dass Leute, die vom ersten Semester, ich halte von Stimmen zum dritten, zum ersten, zweiten, dritten Semester kennenlernen, man sieht es schon, ob die ernsthaft arbeiten, damit fängt es so, das werden sie ja genauso, das wissen sie ja genauso, ob die ernsthaft arbeiten, ob irgendwann eine Substanz sichtbar wird, ob sie mal gelegentlich auch eine ganz eigene Idee oder eigene Entscheidung treffen können, die dann produktiv ist und die weiterführt und das merkt man ganz schnell und die ganzen anderen, die da quatschen und die, die ein falsches Bild vom Künstler mitbringen, das tut mir leid, das ist einfach, deshalb ist Markus Lübert für mich auch heute noch ein ganz schlechter Maler. Da bin ich absolut sicher, weil der kann einfach, der war Ende der 60er mal nicht so schlecht, aber der ist ja jetzt durch sich selber so ruiniert worden, dass ich mal halt, ich kann nichts mehr sehen darin. Na ja, aber Sie wollten jetzt, Sie wollten einen Film machen, sagte mir der Paul, glaube ich, über Akademie, ja? Ja, na ja, das ist für mich ein Aufmerksprojekt, ja, ich habe das hier mitlaufen lassen, ach Gott, weißt du, was ist das Reparat da, das ist ein Knochenheilnis, ja, aha, und, wie kann man da reingucken, das ist aber ein Zuck, weil ich kann jetzt nichts sehen, das ist mir klar. Danke, und die war mal sehr überrascht, als wir 2 Millionen weniger brauchten, als veranschlagt war, ja, und dann haben sie erstens mal die 2 Millionen auf das Anschaffungsbudget geschlagen, dafür haben wir die Computer geauft. Das war die, die war schon sehr schwierig, sonst war das sehr klein, nur die Grunde, die offiziell, und dann hat sie gesagt, so, und jetzt haben wir offensichtlich noch 2.002 Millionen in Reserve gehabt, weil wir dachten, es wird teurer, ja, und dann hat sie, und dann hat sie, weil wir das so genau, weil wir 5 Jahre lang Zeit hatten zu planen, weil jede Steckdose war genau in der Stelle zum ersten Mal reingebracht, wo sie nachher sein sollte, da wir hatten ja auch die guten, jungen Architekten, der hat das sehr genau geplant, ja, und weil das alles so präzise geplant war, auch mit dem Architekten von der Fachhochschule, dann mit Domenik, dass wir einfach keinen einzigen Fehler gemacht haben beim Bauern, da musste nichts korrigiert werden und immer die Überkosten kommen immer durch Änderungen und Korrekturen. Ist doch die Berechnung der Heizung, die Heizungsanlage. Die funktioniert immer noch nicht wahrscheinlich, ja. und das ist eine Aufklärungsbehauptung, das ist ein Rationalismus des französischen Enzykopedisten, wo man sagt, die Welt ist ein Uhrwerk und die ist eben einmal angestellt worden und läuft jetzt von selber durch, weil sie so kunstvoll und so intelligent und perfekt eingerichtet ist. Das ist die Basis. Das hat schon Newton, war das schon die Behauptung von ihm, der immer glaubte und dadurch wäre ja fast, wenn er 200 Jahre früher gelebt hätte, wäre er wahrscheinlich verbrannt worden wegen dieser Behauptung. Weil es ist natürlich ein reiner Deismus. Das heißt, es ist einmal angestellt und dann sich selber überlassen. Und es funktioniert und läuft und läuft immer weiter, ohne dass ein Eingriff kommt. Ja, das wäre... Also so ein Determin-Determinismus drin. Ja, das ist rein deterministisch. Das ist rein deterministisch, ja, ganz klar. Gibt es eigentlich nicht dieses ganze von Freiheit? Dürft es letztendlich da drin? Doch, weil das an diesem Menschen... Der Mensch ist da wieder etwas ganz anderes. Der Mensch ist eben kein Weltall und ist kein Uhrwerk. Und deshalb, das berührt sich gar nicht. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, das ist auch ein Irrtum. Das passt doch nicht zusammen, muss ich sagen. Also auf der einen Seite wie zuvor schon von einer Welt, die wie ein Uhrwerk abläuft, dann müsste der Mensch, den kann man noch nicht getrennt haben. Doch, der Mensch... Der bewohnt das Uhrwerk jetzt? Ja, der bewohnt das Produkt, das ist das, was David dazugebracht hat, dass der Mensch ein Produkt der Evolution ist. Und natürlich ist die Evolution in sich. Ob sie intelligent ist, weiß man gar nicht. Es gibt ja... Da können tausend andere Wege gegangen sein. Aber der Mensch selber ist da völlig unabhängig. Der entwickelt sich aus dem Heinz-Zeller. Und das braucht gerade mal 20 Millionen Jahre, oder so, 60 Millionen Jahre. Ne, ne, braucht 200 Millionen Jahre jetzt schon, ja, inzwischen. Ja, aber das ist doch klar, das hat so mit einem Wort, das ist gar kein... Das hat nichts damit zu tun. Das menschliche Hirn ist eine Sonderleistung. Und die hat nichts mit dem mechanischen. Höchstens, der hat das neurologische Hirn. Das würde dann rein... Also das Hirn von Neurologen, das würde in dieses Weltbild passen, aber da dieses Weltbild inzwischen auch überholt ist und zwar gar nicht widerlegt, sondern überholt einfach, ja. Ja, und ich vermute mal, dass auch dieses neurologische Weltbild, so ähnlich wie dieses Theistische, irgendwann, weil es zwar nicht widerlegt ist und widerlegbar ist, aber überholt ist einfach. Weil sich das menschliche Bewusstsein wieder einnistet im Widerspruch zu sich selber eigentlich und sich halt einfach durchsetzt. Und das Bewusstsein ist doch wichtiger als das Sein, wie auch immer. Was haben wir mit dem Widerspruch? Dass ein... Wenn der Mensch... Wenn der Mensch durch Neutronenschaltungen praktisch limitiert ist, auch determiniert ist, ja. Wenn es ein Bewusstsein, aber sagt, die Gedanken sind frei. Und das auch noch singt und sonst etwas, ja. Dann ist das Bewusstsein letzten Endes das, was den Menschen bestimmt und nicht sein Knochengefüge und nicht sein Hirnneutronen, sondern ob das... Ob es die Illusion ist, das Bewusstsein ist, was vollkommen anders, dann lebt der Mensch glücklich wie Illusion, das Bildnis von Seis, ist lebenswichtig. Wenn der Schleier weg ist, dann bricht es zusammen, die Figur. Dann gibt es das nicht mehr. Deshalb, ich bin... Und der funktionierte Suhrwerk ist zwar die limitierte Vorstellungsform, die man hat, aber es ist eigentlich die Wirklichkeit, es ist eigentlich die Unendlichkeit, die ist eigentlich weder limitiert noch sonst etwas. Das ist wahrscheinlich irgendwo... nur die Vorstellbarkeit endet ja irgendwo. Ja, ja. Aber das finde ich ja sehr... Und die haben es gar nicht auf mich gerichtet jetzt, oder war das auf mich gerichtet? Ja, natürlich. Wie weit streut der? Das ist ein sehr starkes Weitwin. Ja. Da bin ich auf Nummer sicher, das ist irgendwas in Mandarinen drauf. Ja, ja. Ich habe immer gedacht, sind die Mandarinen noch mit drauf oder nicht, das weiß ich jetzt da. Das weiß ich jetzt da. Ja, ja, ja. Das weiß ich jetzt da. Ja, 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 die Äpfel sind größer. Aber gut, daher jetzt habe ich das. Irgendwas brauche ich auch mal, wo ich einfach anstellen muss und dann weiß ich was raus, weiß ich nachher nicht. Und dann kann man es angucken. Dann kann ich es also, wenn man DVD-Player, über Bildsch... Fernsehbildschirm, kann ich es dann zeigen, kann ich es abspecken. Wenn ich jetzt den Computer hätte, dann könnte ich die Speicherkarte direkt da reinstecken und... Ne, den Computer habe ich hinten zwar, aber der ist meistens nicht... Der ist nicht abgestellt, wenn das ist... Das Thema, das haben Sie uns heute mal spart. Bitte? Das Thema Computer, E-Mail, was weiß ich, das... Da verstehe ich immer. Ich sage mal, die glücklichen Menschen. Ja, ich verstehe das. Gut, also ich muss... Ich sage zwar, dass ich... Ich habe nur etwas, als ich kann jetzt auf meinem Laptop einigermaßen, weil die viel zu klein sind. Ich hasse Laptops, weil ich streife dauernd in der Nachbartaste und schon ist es ein Fehler, das muss ich korrigieren. Deshalb mag ich es nicht, aber ich habe es doch gelegentlich akzeptiert, dass ich auch wählen muss, sonst lasse ich es auch die von der Sekretärin. Aber gelegentlich mache ich es auch selber und dann kann ich es auch mailen. Mehr kann ich nicht. Aber Internet zugänglich ist man auch schon. Das haben meine Tochter beigebracht, aber sonst ist bei mir absolut null. Also ich missbrauche die ganze digitale Welt auf der alleroberflächsesten Schicht und mehr nicht. Ich sage mal, das sind die glücklichen Menschen. Ich bin dann glücklich. Deshalb bin ich weder glücklich noch unglücklich. Aber ich erstens kapiere es wahrscheinlich sowieso nicht, aber zweitens ich brauche es auch nicht. Ich bin froh, meine Tochter, wenn die ohne Computer ist, ist sie 14 Uhr gerade richtig durch. Ich finde es mal interessant, weil Sie waren, Sie haben nie auf dieser Position gehabt, sozusagen, das irgendwie verhindern zu wollen oder und haben Sie melden. Nein, das will ich nicht. Nein, das haben wir nicht im Gegenteil. Nein, 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 Die haben das immer gefördert. Das war Lübberz, das ist ja so, das war, der hat gesagt, bei uns wird gemalt und hat natürlich dann aber auch keine, seit dem Richterbeckes und Kropnerbeckes sind ja auch keine wirklich guten Maler mehr da. Jetzt ist der beste Tony Gregg, das ist ein Bildhauer. Ja, und der ist jetzt Rektor. Der ist ein sehr guter Rektor, also muss ich sagen, gegen Lübberz, und der hat, der hat die Dyskloakademie ziemlich drunter gerettet, obwohl er bei Berufungen haben Sie nichts nicht mehr entscheiden lassen, da hat er keinen Einfluss drauf gehabt. klar, ja, klar. Der war ja zwölf Jahre lang. Er tut ja sein Bestes, um das wieder in Gang zu kriegen. Er tut sehr viel, er hat auch gereicht, sehr vieles, sehr klar, der ist prima, der ist ja als Rektor gut, ja, und der Lübberz war als Lehrer der Katastrophe, der war absolut, die Klasse von Lübberz, die wurde in Petersburg erhängen, hat sie sich selber weggehängt. also furchtbar. Ne, mit dem habe ich ja acht Jahre lang mehr oder weniger, wenn es um Düsseldorf ging, als im Ministerium, mit dem ich ja immer sehr koordinieren, dass wir da uns nicht widersprochen haben. Wenn ich da im Ministerium mache ich immer gemeinsam mit Lübberz, ja. Lübberz kam mit dem Klimasinservice an, da ist ein schwarzer Chauffeur ausgestickt, Tür aufgerissen, mit weißen Glace-Handschuhen, hat sie hingestreckt, ja, Lübberz ist rausgeschritten aus dem, aus der Limousinservice, aus dem Limousinservice und der, da war alles gemietet vor dem, das war nur für ein paar Stunden gemietet, aber dem Ministerium hat es tatsächlich sogar imponiert. Ich habe es nie verstanden, warum diese ganzen Ministerialbürokraten, ja, und Lübberz hatten immer die gleiche Rede, immer von der Größe, der Gutswürttel, immer das Gleiche, hat das ganz gut gemacht. Also er hat es jedes Mal gemacht, als ich es schon zehnmal gehört hatte, bei Rektorentagungen, bei Rektorentagungen, bei Rektorentagungen, immer das Gleiche, alle, also, alle, wir drehten sich schon rum, man konnte es nicht mehr hören, ja, aber die Ministerialbürokratie, die hat sich das immer angehört, und war das immer unheimlich wichtig, was er gesagt hat, unheimlich wichtig, also, naja, gut, und das war hart, ich musste ja acht Jahre, muss ich ja mit Lübber, zwölf Jahre, muss ich mit Lübber zusammenarbeiten, also das war hart, für mich war es nicht hart, aber, weil, weil ich, es musste, war das Philippa Zahn, mit Interessanter Arbeit, ich vermute auch. Das ist das, was David dazu gebracht hat, das Ganze, dass der Mensch ein Produkt der Evolution ist, und natürlich ist die Evolution in sich, ob die Intelligenz ist, weiß man gar nicht, es gibt ja, da können tausend andere Wege gegangen sein, aber der Mensch selber ist da völlig unabhängig, der entwickelt sich aus dem Einzeller, und das braucht gerade mal 20 Millionen Jahre, oder so, 60 Millionen Jahre, ne ne, es braucht 200 Millionen Jahre jetzt schon, ja, inzwischen, ja, aber das ist doch klar, das hat so mit einem Wort, das ist gar kein, das hat nichts damit zu tun, das menschliche Hirn ist eine Sonderleistung, und die hat nichts mit dem Mechanischen, höchstens, der hat das neurologische Hirn, das würde dann rein, also das Hirn von Neurologen, das würde in dieses Weltbild passen, aber da dieses Weltbild inzwischen auch überholt ist, und zwar gar nicht hinterlegt, sondern überholt einfach, ja, ja, und das, ich vermute mal, dass auch dieses neurologische Weltbild, so ähnlich wie dieses Theistische, irgendwann mal zwar nicht widerlegt ist, und widerlegbar ist, aber überholt ist einfach, weil sich das menschliche Bewusstsein wieder einlistet im Widerspruch zu sich selber eigentlich, und sich dann einfach durchsetzt, und das Bewusstsein ist doch wichtiger als das Sein, wie auch immer. wenn der Mensch durch Neutronenschaltungen praktisch limitiert ist, auch determiniert ist, ja, wenn sein Bewusstsein, aber sagt, die Gedanken sind frei, und das auch noch sinkt, und sonst etwas, ja, dann ist das Bewusstsein, letzten Endes das, was den Menschen bestimmt, und nicht sein Knochengefüge, und nicht sein Hirnneutronen, sondern, ob das, ob die Illusion ist, das Bewusstsein, das ist was vollkommen anderes, dann lebt der Mensch glücklich wie Illusion, das Bildnis von Seis, ist lebenswichtig, wenn der Schleier weg ist, dann bricht es zusammen, die Figur, dann gibt es das nicht mehr, Was ist der Schuhmacher, der Künstler geschenkt, und zwar, da ging es um, was ging es um, ja, da ging es um, Schaltungen von Hirnzellen, und zwar hat man daraus gemacht, dass sie auf Licht reagieren, und dass die Zellen, die kleinsten Elemente, dass die Schaltsysteme wie eine Signalanlage sind, und dass das, das kann man jetzt, kann man neuerdings, kann man das ja irgendwie alles durch, Einfärbungen und so, kann man das alles quasi auch verfolgen, ja, aber das, als Richter gibt es also ganz helle Lichter, offensichtlich, es gibt kleine Lichter, große Lichter, es gibt Lichter mit viel Signalkraft, es gibt Lichter mit wenig Signalkraft, und im ganzen Hirn ist eigentlich ein Beleuchtungssystem, für Hirnzellen. Polarit, Polaritkarten, Ach so, Polaritkarten, das waren so die allerersten, das war die allerersten, Speicherträger, und aus denen ist offensichtlich, das Denken im Computer, in Schritten, ist aus denen herausgewachsen, ja, Polaritkarten, ja, richtig, ja, und, 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 es gibt auch, es gibt auch, es gibt auch, da ist ein Computer, der erste, der füllt das ganze Gebäude aus, Ja, hochert ins Gebäude von A bis Z, und an eine ganz minimale Leistungsfähigkeit, und zehn Jahre später, geht diese ganze, geht diese Leistungsfähigkeit, schon in eine Schachtel ungefähr so, also in ganz kleinen, heutigen Computerkasten, und heute wäre es ein einziger Chip, Ja, ja, so schnell ist das, und das, das war 65, das war die Science Weeks Story, wo praktisch dann der Computer eben sich dagegen wird, dass es immer gleich wird, das war eine sehr lustige Geschichte von Robert Schenckley, und, da hat sich der Computer, der Große, da hat sich gesagt, ich höre das Schrumpfen da weg, und der hat plötzlich Bewusstsein entwickelt, das war, das war die wirkliche Zukunft, und das, endet eben doch damit, dass der Computer dann fast sich ein bewältiges Bewusstsein entwickelt. Der geht dann mit der Tochter mal wieder auf, das Tochter mal wieder auf, und das Spiegel im Computer und der Computer. Das ist klar, das ist die Artificial Intelligence, das ist klar, das ist auch schon ein uralter Gedanke, aber der ist schon 18. Jahrhundert. Ist das, wenn da existiert Intelligenzen, menschliches Phänomen, oder grundsätzliches Phänomen? Das weiß ich nicht, ich vermute, es ist menschliches Phänomen, ich bemerke mich mit den Viechern, also meine zwei Katzen, oder meine Tochter, die sind sehr intelligent, da habe ich gar keinen Zweifel daran, und manchmal sind intelligent, da hat es meine Tochter gelegt, natürlich muss ich sagen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das Bewusstsein auf jeden Fall von Intelligenz ist hundertprozentig menschlich. Ja... ... Untertitelung des ZDF, 2020